17. Der Zweikampf Mich freut es bei allem stillen Grauen, das mir ob des Fortganges der Geschichte im Herzen wohnt, dass Herr Feirefitz bei jener Unterhandlung mit Herrn Portewin hatte Gewissheit einholen wollen, über die Echtheit von Gregors Rittertum, wodurch er dem Schuldheißen die Zunge gelöst und ihn bestimmt hatte, von seines Gastes keckem Einzelausfall auf die Brücke des Genaueren zu künden. Wir hätten sonst wohl gar von diesem Abenteuer nie vernommen, sanghafte Übertreibungen gern in Abzug gebracht, die dem Künder in der Hitze des Erzählens mitunterliefen und die man einem in wahrhaftiger Erzählung nicht geübten zur Not verzeiht. So bleibt genug, uns zu versichern, dass die ritterlichen Träume des Klosterscholaren aus der Fischerhütte nicht leerer Schaum gewesen, sondern dass ihm die Sprache der Rittertat, von der er behauptet hatte, er spreche sie innerlich mit Fertigkeit, wirklich mund- und armgeläufig war, wenn ihm auch Not tat, sich aufs Allerbeste und Wirklichste darin zu vervollkommenen, bevor er wagen konnte, was ihm seit seinem ersten Gespräch schon mit Herrn Meister Portewin, besonders aber seit er die Herrin mit Augen gesehen, als starrer Vorsatz im Herzen saß. Fragte einer hier in Einfalt und von Begriff ein wenig stutzig, was für ein Vorsatz denn das wohl sein möchte, so möge er abgerissenen Brockenlauschen, die Grigos, wenn er allein war, manchmal stoßweiß vor sich hin murmelte. Sie lauteten, sei ja auch noch so gräulich, ich bin doch an mit ihm, oder, und wär er wahlland selber, ich wollt ihn auch bestehen. Wen er damit meinte, danach zu fragen, ist wohl niemand stutzig genug. Hör ich ihn aber so murmeln, bin ich wahrhaftig der Fügung Gottes froh, dass Grigos zum Winter und in der Zeit lässiger Führung des Minnekrieges in die Stadt gekommen war. Das gab ihm Frist, sich im wirklichen und nicht nur innerlichen Sprechen der Sprache des Rittertums mit Fleiß zu üben, wozu ihm der Winterkrieg beinahe von Tag zu Tag Gelegenheit bot. Denn allerlei ritterlich Geplänkel, leichte Abenteurer und Skarmuzien, halb ernstes Neidspiel, halb nur der Kurzweilhalber, geschahen fast täglich vor der Stadt, zu Pfuße und zu Pferde, und dabei blieb er nicht müßig, so wenig meiner Treu, dass es bei rüstigen Bürgern, bei Rittern und Sarjanden bald hieß, im Jagen sei er ein Haupt und in der Flucht ein Schwanz. Ich gebe die Männerrede wieder, wie ich sie vernommen, mir klingt sie Ungefüge, und gleichfalls, dass sie sagten, er sei der Hagel der Feinde. Auch das ist für mein Ohr eine linkische Metapher, doch gab ihnen seine Tenue die Bilder nun einmal ein. Am wohlsten war ihm zu Pferde, denn zu oft und genau hat der Schenkelschluss, Lesieren und Wolterreiten im Traume geübt, als dass nicht die Wirklichkeit ihm altvertraut und zukömmlich hätte erscheinen sollen. Die Kunst war, wie man sagt, ihm angeboren, er hatte sie in sich vorgefunden und vermochte sie gleich, so dass niemand dachte, er habe früher nie auf Rosses Rücken gesessen. In Herrn Portewins Stall stand ihm ein gutes Tier, von seinem Golde gekauft, ein blässiger Hengst, geschäckelt von brabanter Schlag mit Augen, schön wie dem Einhorn seine und voll feuriger Freundschaft für seinen Meister. Wenn der zu ihm trat, so wandte es den blanken Hals nach ihm und wehrte hell vor Freude und Erbütigkeit, so durchdringend wie Hanes Morgenkrähen. Sturmi hieß es, ich liebe es selbst, in seiner Wohlgedrungenheit mit weißlichem Schweife und eben solchem Schopfe und Kammbehang, der kräftig feinen Fesseln und kleinen Hufe auch rühmend zu gedenken. Der Seidegleich war sein gestriegelt Fell, darunter voller Kraft, die Muskeln zuckten und spielten. Wie kleidete Sturmi die Kettendecke aus feinen, dichten Stahlringen, womit der Knecht ihn rüstete, darüber in die Kuvertüre aus grünem, arabischen Ahmardi. Die hing ihm hinten bis zu den Hufen und war zu beiden Seiten mit dem Fische bestickt. So ritt Grigors sein Liebes Ross und alles war ihm von Traumes wegen und Kraft der Angeborenheit ganz wohl vertraut, selbst schön bewahrt, dein Haupt, Leib und Bein, das Schwert am Hüftgurt, Arm und Hand in Schildesriemen. So, sag ich, ritt er den Sturmi oft, zusammen mit anderen Degen von der Herrin Lehn, zur Stadt hinaus begleitet von einer Fuhre mit Turnierlanzen ohne Spitze. Denn glaubt mir, die Spaßigkeit und halbe Freundschaft, mit der im Winter der Minnekrieg geführt ward, ging also weit, dass Städte und Belagere einander friedliche Waffenspiele boten und Frau Sibillens Ritter, sowohl wie die Burgundischen, die einen vor den Augen der anderen Schimpfturniere mit stumpfen Schäften anstellten, teils zur eigenen Belustigung, teils, damit die einen die anderen bedenklich stimmten, durch den Anblick ihrer Reit- und Stoßkunst. Dabei gewann Gregors manche früh erträumte Ehre und den Beifall der Feinde. Mich muss es ja freuen, dass ihm solche Frist und Füglichkeit gegönnt war, sich im Wirklichen zu üben, denn wünschen muss ich, dass der Vorsatz, der ihm so starr und stumm im Herzen saß, gelingen finden möge, da ich doch als Erzähler alles vorhersehe und weiß, wie grässliches zu sagen, kaum noch auszudenken, ihm eben aus dem Gelingen erwuchs. Sehe ich nicht in meiner unzukömmlichen Allwissenheit auch über dies grässliche noch hinaus und bis ans Ende, so müsste ich wünschen, dass der Knabe, so leid es mir um ihn täte, bei der Ausführung seines Vorhabens zu seiner Bewahrung lieber den Tod gefunden hätte, und dies zu wünschen, bin ich durch die Unsäglichkeit des Kommenden trotz aller Vorsehung versucht, wo ich doch wiederum weiß, dass mein Wünschen gar keinen Sinn hätte, da ich die Geschichte ja kenne und sie erzählen muss, wie Gott zu seinem Ruhme sie sich hat begeben lassen. Ich möchte nur in aller Demut auf die Konflikte hinweisen, deren Beute die Seele des Erzählers einer solchen Geschichte ist. Seht nun durch große Sünde, nämlich die seiner Geburt, und durch das heiße Bestreben, sie von sich abzuwaschen, ward mein Jüngling in noch entsetzlichere Getrieben. Viel las er in seiner Tafel, und zwar mit Tränen, ja ganz war es ihm wie einst auf der Insel. Er wies er sich wacker und von brennender Geistesgegenwart im ritterlichen Disport, so war er zugleich ein sorgsamer und ein trauerer auch, Tristan le preu, lequel führne en tristesse, wer Portewin kopfschüttelnd von ihm sagte, wenn er ihn mit verweinten Augen aus seiner Kammer kommen sah. Denn es war Grigors Gewohnheit, sich mit seiner Tafel, die er wohl verwahrt hielt, dort einzuschließen und zum hundertsten und aberhundertsten Male seine gebürtlichen Bewandtnisse davon abzulesen, dass er seine Mutter zur Base und seinen Vater zum Ohrheim habe und sozusagen seiner Eltern drittes Geschwister sei, welches sie sich in Sünden und ihm zur angeborenen Sünde und Schande erzeugt. Sein Leib war ganz wie anderer Menschen Fleisch, war recht und wohl geschaffen und doch von Kopf zu Fuß ein Werk der Sünde und Schande. Bittere Tränen presste die Ergnis seiner Geburt ihm aus, wenn sie ihm wieder geschrieben vor Augen stand und sehr bekräftigte sie ihn in seinem stillen Vorsatz. In die Schanze schlagen, wollte er diesen, seinen gänzlicher Sünde bestehenden jungen Leib, ihn hinwagen in kühnem Würfelwurf und entweder sterben, das war ihm ganz recht, oder sein verkehrtes Dasein rechtfertigen, indem er das Land vom Drachen befreite. Doch war das nicht alles. Denn in seinem Herzen trug er, heiligend dies auch ganz aus Sünde gemachte Herz, das Bild der Frau, deren Stimme ihm so hold und reif erklungen, ihm so gütig den Übermut verwiesen, so mütterlich bei ihm für ihn gebeten hatte. Wie gehorsamte man solchen Gebote und dankte solcher Bitte, indem man sich opferte für die Gebetende oder für sie siegte und sie vom Drachen befreite. Dieser Drache war ein Mann, dem sie abscheu trug, und ein Mann, wenn auch ein zum Lächeln junger, war er auch. Zu kämpfen mit jenem Mann gegen Mann, hieß nicht nur für sie, hieß um sie kämpfen, und ob man dabei den Leib verlor oder siegte, man musste durch beides ihre Huld gewinnen, und zwar entsprechend viel der Huld, wie sie dem anderen Abscheu trug. Ja, ich will nur alles sagen und hier einschreiben, dass Grigors dachte, wenn jener siegte, den er hasste, weil er die Frau begehrte und wenn der Verhasste sie davontrug, so würde sie im Zwang seiner Umarmung dessen gedenken und nach ihm rufen, der für sie und um sie gekämpft, und ein Sieg würde es also sein im Untergange. Der Würfelwurf, dachte er, würde ein Glückswurf sein auf jeden Fall und mehr als den Sündenleib könne er dabei nicht verlieren. Aber nicht, dass er sich darum die Niederlage zu gestatten gedachte, durchaus nicht. Er gedachte zu siegen im Zweikampf für die Frau, und als der Frühling kam, die Lerche stieg, die Wildgans wiederkehrte, und als die Kunde laut wurde, Roger, der Spitzbart, habe sich wieder eingefunden bei seinem Belagerungsheer vor dem halbtoten Brüsch, da vertraute der Gast dem Wirte, seinen längst gehegten Entschluss, den Haarigen zu bestehen, koste es, was es wolle, sobald der wieder seine siegessichere Herausforderung werde ergehen lassen. Das möchte ich wieder raten, antwortete der Schuldheiß, glaubt mir, ich trage euch holden Mut, wie nun schon jeder hier, und halte mit euch auf Ehre, aber habt ihr damals auf der Brücke auch prächtig abgeschnitten und euch draußen mehrfach sozusagen als der Hagel der Feinde erwiesen, so sehe ich doch nicht, wie euch dies unterfangen gedeihen soll. Zwar habt ihr Mut, Kunst und guten Sitz, und Stürme ist ständig und wendig unter euch, doch seid ihr letzten Endes noch schwank und unausgereift, und eure streitliche Erfahrung ist der des Heerkönigs nicht gewachsen, der auf dem Turniergrunde ein ebenso sieghafter Gockel ist wie in den Betten der Frauen. Schlagt euch die Grille aus dem Kopf. Sollen wir von der Mauer in Schande und Leid mit ansehen, wie er euch als Überwinder hinwegführt, dass ihr in Fort nach seinem Willen leben müsst? Das wird nie geschehen, fiel Grigors ihm schnell ins Wort, denn nie gebe ich ihm Fianze, sondern siege fliege oder sterbe. Alles aber, was sie sonst sagt, vom Tourneiplatz und Betten, ist eher danach beschaffen, mich in meinem Vorsatze zu befestigen, als mich ihm abwendig zu machen. Es ist mir auf die Länge nun einmal ennuant für die Frau als eine unter vielen zu kämpfen. Nach Zweikampf für sie steht mir der Sinn und da soll sich zeigen, ob der nicht besser streitet, der für ihre Freiheit steht, als der ihr Zwang und Schmach zudenkt im Kampfe. Ach, Freund, seufzt sie der Schuldheiß, der Schandenletzte ist es am Ende nicht, das Ehegemal des Königs vom Arrelat und Hochburgund zu werden und in manchem Herzen nestet der Zweifel, ob die Sache der Herrin so ohne Tadel ist, da sie absolut im Lande keinen Herzog geben will und es deswegen im Banne des leidigen Minnekrieges hält. In meinem Herzen entgegnete Grigos und bekam sein schönes Gesicht. Ist ihre Sache heilig? Da sah der Mäher den Jüngling eine Weile an und wenn seine Augen dabei verschwammen, so war es, weil in seinen Gedanken die Wörklein für und um wunderlich ineinander schwammen. Euch wünsche ich, sprach er schließlich, Herr oben aus, der Spitzbart möge seine Gewohnheit nicht wieder aufnehmen und sein Kartell gar nicht erst wieder ergehen lassen. Euren Wunsch verwünsche ich, rief Grigos, noch immer sehr schönen Angesichts. Und nach seiner Verwünschung ging es. Denn wie bald, da kamen zwei Ritter unter die Mauer geritten, der eine mit einem Heerhorn, woran er brüllend stieß, der andere mit der Löwenstandarte vom Arlat und Burgund, der rief hinauf, wenn die Herzogin noch einen Ritter habe, kühn genug, mit Roger ihrem unbesiegten Gebiete, im Einzelkampfe und dem Tournei zu Ernste sich zu messen, unter den Mauern der Stadt, den nächsten Tag, allen Bürgern zum Schauspiel und zur Lehre, der möge nur hervorgehen und sich stellen, freier Ausritt unter die Belagerer und gerechte Kampfbedingungen seien ihm gewährt. Denen wurde zu ihrer Verwunderung Bescheid, der Ritter werde kommen und hoffe, mit Gottes Gnade den Herzog zu bestehen. Am nächsten Morgen vor Tagesanbruch hörte Grigos die Frühmesse und bereitete sich dann wie einer, der zu Felde zieht. Waffentlich gewandt legte er an und der Portewin gleich mit vielem Schütteln des Kopfes half ihm selbst, sich streitlich zu bewahren mit Eisenhose Harner, Schraube, Helm und Herzenier, Schwert und Schildesrand und hoher Lanze. Deren Fähnchen war, wie sein Waffenrock mit dem Fische bezeichnet und ihren Schaft umfasste, die Festigkeit des Griffes mehrmals erprobend, seine Rechte im gefingerten Eisenhandschuh. Während der Rüstung sprach Grigos zu dem Helfer, Seid guten Mutes und schüttelt den Kopf nicht allzu viel, es ist nun so, auf meines Lebenstafel steht geschrieben, dass ich den Mann bestehen muss, ich siege oder falle. Fall ich, was tut's, es ist an mir nicht viel gelegen, diese starke Stadt mag weiter sich gegen den Spitzbart halten, so gut wie eh ich kam, stürz ich aber ihn, so ist das Land befreit vom Drachen und erlöst vom Minnekrieg. Das wollt bedenken, der Herzog ist im Nachteil, denn er wagt mehr als ich, doch ist er eben deshalb auch wieder im Vorteil, denn besser kämpft, wer mehr wagt als der andere. Im Nachteil aber hin wiederum ist er, weil er für den Raub und Zwang der Herrin kämpft, ich aber für ihre Ehre. Alles wohl durchdacht ist mehr des Vorteils auf meiner Seite als auf seiner. Darum hoffe ich, ihn mit Gott zu stürzen, habe es aber, was an mir liegt, auf sein Leben nicht abgesehen. Dieses Gockels gieriges und gewalttätiges Werben um die Herrin ist zwar abscheulich und macht ihn auch mir zum Todfeinde, dass er aber ihren Besitz als aller Güter höchstes und eines Krieges von so vielen Jahren für Wert erachtet, dafür habe ich auch wieder einen verstehenden Sinn und kann ihn ganz auf den Tod nicht hassen. Ach, Jonker, entgegnete der Gastfreund, hasst ihn lieber mit voller Wut, denn die habt ihr nötig, um seine erfahrene und reife Raufkunst zu bestehen. Ich bin mir meiner jugendlichen Schwankheit im Vergleich mit ihm bewusst, versetzte Grigors und halte es sogar für möglich, dass die Versuchung zu weichen und mein junges Leben vor ihm zu retten mich überkommen wird, wenn ich mit Entsetzen seine Überlegenheit erkenne. Ja, es könnte sich erweisen, dass ich meine Mannheit zu hoch veranschlagt habe, dass mir bei seinem Andrang aller Mut entsingt und ich vor lauter Jugendlichkeit auf Sturmi Reißaus nehme, um doch wenigstens für meine Geschicklichkeit in der Flucht mir einigen Beifall zu gewinnen. Das sähe euch wenig gleich, meinte Herr Portewin. Gleich oder nicht, man tut den Jugendlichen Schrecken auch wohl, was einem nicht gleich ist. Darum bitte ich euch, habt Acht aufs Tor, wenn ich im Felde bin, stellt Mannschaft dahinter auf und haltet es mir wachsam zur Wiedereinkehr bereit, ob ich nun im Schritt des Siegers oder im gestreckten Lauf des Flüchtlings ihm wieder nahe. Dafür versprach der gute Wirt, will ich schon Sorge tragen, und er hörte nicht auf, den Kopf zu schütteln, in des dem Junker sein Pferd vors Haus geführt ward, dies liebe Tierchen. Ich bin geradezu erfreut, es wieder in seiner streitlichen Ausstaffierung wohlgezäumt in Kettendecke und Kuvertüre zu sehen und wie er stolz den Kopf warf und kühnlich prustete. Herr Portewin schloss zum Abschied seinen Gast voll Sorge in die Arme und sprach Gott mit euch Freund gut Ritter Heil Bonne Chance und was ihr sagtet das tut nur wenn ihr merkt dass ihr nicht gewachsen seid reißt lieber aus und zeigt eure Geschicklichkeit in der Flucht das Tor soll euch bereit sein und ihr werdet vom Lachen ein gut Teil auf eurer Seite haben schon recht lebt wohl gedenket meiner freundlich falls ich bleiben sollte versetzte Grigors das ist jedoch nicht groß Gefahr da ich zwei Möglichkeiten habe heil zurück zu kehren nämlich indem ich ihn schlage oder ihm bei Zeiten entkomme damit schwanger das Eisenbein über Sturmes Rücken warf den Schild zurück nahm die Zügel mit seiner bewährten Hand und ritt zur Stadt hinaus in das zerstampfte Vorfeld unter den Augen zahlloser Städter Männer und Frauen die in Schaubegier Mauer und Burg wehrbesetzt hielten ritt gemächlich unter die Burgunder die auch zuhauf gelaufen kamen um zu sehen wie wieder einer vom Lehen der Herzogin zu Schanden werden würde vor ihrem Herrn frischling frischling riefen sie ihm zu als sie den ritter vom fisch erkannten dich sticht der habe frechling will sich messen mit Roger dem unüberwindlichen so eine freche kannst es wohl nicht erwarten deinen meister zu finden biete ihm lieber gleich sicherheit es ist dir besser das hörte Grigor sich eben an und ritt zu ins gelände gerade gegen des Herzogszelt bis er denen sich entgegenkommen sah höchst ritterlich zu schauen auf einem hochbeinigen Rappen der gewappnet war bis zu den Hufen ritt Sibyllens zäher freier und auf dem Eisendach des Rosses lag eine Decke sammet rot drauf saß der Sieg gewohnte auch ganz in Eisen und Blitze schossen von seinem Schild gepränge das ausgeziert war mit Edelsteinen rund um den Muckel aus rotem Gold in Glut geklärt von dem kam das Blitzen der Helm ging dem zu fürchtenden über den ganzen Kopf und ragte im Spitz vorm Gesicht mit Augenlöchern Grigors aber hatte das Gesicht frei in der Hals Berge einen Speerschaft führte der sehr zu Scheuende das war ein junger Baum mitsamt der Rinde Grimm anzusehen dieser ganz besonders es war denn auch als ob der Waaghals auf Sturmi den Anblick des Gegners nicht ertrüge denn er warf bei seinem Nahen sein Tier rum und sprengte zurück beinahe die ganze Strecke die er gekommen fast bis unters Tor hinter ihm mit geschwungenem Rindenschaft der Funkelnde der schrie durch seinen Helm steh Milchbart steh Muttersöhnchen feiger Unglückswurm warst du frech genug herauszukommen so steh auch und nimm deine Züchtigung das gab ein großes Lachen unter den burgundischen Rittern und Mannen Grigors aber sich wieder wendend rief ihr lacht wohl über euren Herzog der scheint's nicht weiß dass man für einen langen Punais sorgen muss beim Holmgang blast nun das Zeichen damit wir es nach seinem Willen austragen unbedingt und bis zum Äußersten bis einer von uns nicht mehr kämpfen kann so tönte denn das Heerhorn und der Zweikampf begann mein mönchisch Herz hat gar nicht Anteil an solchem Männer Unfug und ritterlichem Gebläu ich mag es nicht und wäre nicht der sehr sonderbare und für den Augenblick so glückliche in seinen Folgen aber gräulicher Ausgang so kündete ich nicht erst davon auch werde ich bestimmt nicht in Gesang und Liedestakt verfallen wie es Herrn Portewin geschah beim Künden von Grigors Kecklichkeiten dazu lässt meinen geistlichen Sinn das Prügelfest zunüchtern ohne dies weiß jeder wie es gehalten wird und wie sie es treiben sie schlugen die Speere unter die Arme rückten den Schild hoch und im vollen Laufe mit viel geklapper und geklirr berannten sie einander zu prasselndem zusammenprall dass einer dem anderen mit dem Speere gleich beikäme und ihn vom Sattel stieße das schlug beiden fehl die Speere splitterten an Schild und Panzer ihre Stücke flogen hoch in die Luft darunter die Rinde von Rogers Baum und ausgerichtet war gar nichts sah schon Grigors unerschüttert auf Sturmi wie fest auf seinem geschehenden Rappen saß erst der Herzog wenig würde ein Dichter sagen vergaßen sie da ihre Schwerter wie sollten sie ihre auch vergessen da ihre Speere hin waren für die Schwerter war jetzt der Augenblick gekommen aus breiten Scheiden zogen sie sie und schmiedeten damit aufeinander los dass die Schläge hinhalten übers Feld und zu den Ohren der Gaffer auf der Mauer dass es nur so lote und funkte beim Treffen von Stahl auf Eisen wahrhaftig sie gleich gut und mehrmals war jeder halb betäubt von Schwirren seines Helmes auf den des anderen Schwert gefahren die Rosse traten und tänzelten umeinander herum wie die Ritter fochten und einander Schlages Vorteil abzugewinnen suchten bald standen sie seitlich zueinander bald Stirn zu Stirn des Herzogs Andrang aber schien ganz wie seine Helden vertraut und die Städter gefürchtet hatten gewaltiger des jugendlichen Gegners langsam wich Gregors vor seinen Meisterschlägen zurück immer näher gegen das Tor und ein Augenblick kam schrecklich für den der hoffend es mit dem Jüngling hielt er ward entwaffnet ja da zeigte sich des Herzogs überlegene Reife jählings schlug er dem anderen das Schwert aus der Hand das es im Bogen von ihm flog und lauter Jubel und Triumph Geschrei ausbrach unter den Burgunden und bei den Bürgern lautes Wehe indes aber das Schwert noch flog war etwas anderes geschehen blitzschnell was mir bei aller Abneigung gegen das Männergeräuf den Sinn erheitert und was niemand sogleich verstand Gregors hatte mit seiner schwertfreien Rechten im Eisenhandschuh dem Rost des Spitzbartes in den Zaum gegriffen und mit dem selben unbedingten Griff auch dessen Schwert gefangen das noch vom sieghaften Schlage unten war die hielt er nun beide unbedingt Zaum und Schwert und dem selben Nu fing Sturmi an aus allen Kräften seines kurzen lieben gedrungenen Leibes rückwärts zu gehen und den hohen Rappen mitsamt dem Herzog dem es um nichts in der Welt gelingen wollte sein Gewaffen aus diesem unbedingten Griff zu befreien vor sich hier zu ziehen zu der Brücke und gegen das Tor Gott mag wissen ob das goldige Tier in diese Verrichtung geübt hatte vor der Hand oder ob es nur in die Schenkelweisung des Herrn im Augenblick so klug verstand genug es zog und der Herzog Roger schimpfend durch seinen Helm mochte wohl am Zügel zerren und zugleich seine Meere spornen die Tat darum nur einen Satz vorwärts also dass auch Sturmi einen Satz rückwärts tun musste nicht weiter unlieb dem Tierchen was aber Grigos betraf ich weiß noch wie er sich beim Ringkampf mit seinem gleich guten Bruder er den Schädel hätte eindrücken lassen als dass er aus seiner Stemmlage gewichen wäre so auch hier nur noch viel unbedingter und eher hätte er damals geduldet dass Flann seine Schulter zu Boden drückte als dass er nun abgelassen hätte von seinem Griff um Schwert und Zaun das Schwert zerschnitt ihm die innere Panzerung der Hand und schnitt ins Blut doch darum ließ er nicht locker und fing mit seinem guten Schild die Schläge ab die Roger mit dem seinen Wüten zu führen suchte auf seinen Kopf und Arm Sturmi aber zog kurz war die allgemeine Verblüffung durch durch dieses geschehen dann stürzten des Herzogs Mannen ihm mit Wut geschreit zu Hilfe ihnen entgegen aber warf sich durchs aufklaffende Tor Mannschaft der Stadt also dass sich auf der Brücke eines der härtesten Handgemenge entspann die man je gesehen dem Grigos ging ein Wurfspieß durchs Hersenier beim Schlüsselbein in den Hals so dass er arg verwundet das Geschoss kaum abzuschütteln vermochte und auch Sturmi blutete mehrfach am Leibe da aber waren sie dem Tore schon so nah dass man dem Herzog hätte zurufen mögen steig ab Mann gib Walid deinem gefangenen Schwert das nun einmal in unbedingtem Griffe ist und lass dich vom Schützer aber das alles wollte und konnte der Recke nicht fahren lassen sein Schwert mit dem er den Pfand entwaffnet vom Rosse sinken wie ein besiegter das nie und nimmer auch hatte er wohl nicht rechte Umsicht wegen seines behelmten Gesichtes und wusste nicht ganz wie ihm geschah schallende Schläge führte er mit seinem Schilde auf den Schild des blutenden Entführers schon aber krachte es ganz anders das waren der Porte schwer beschlagene Flügel die zufielen hinter Ross und Mann und Mann und Ross und in ihre Furchen fuhren knirschend die Balkenriegel nicht 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 wenige städtische Streiter waren leider ausgesperrt die wurden wohl erschlagen aber sie waren ja nur neben Personen und Roger der Spitzbad war gefangen und schild